Tja, mir bleibt leider echt nichts anderes übrig, als euch heute einen wunderschönen guten Tag zu wünschen. Wobei eigentlich ja nicht nur heute, sondern jeden, aber wenn ich schon von heute rede, an genau dem Tag gibt es den Test zum Sennheiser GSP600. Das ist zwar schon ein ganzes Weilchen auf dem Markt, aber genug von euch wollten meine Meinung wissen, deswegen habe ich es mir besorgt, wenn auch ein bisschen später. Das hat allerdings den Vorteil, dass ich es jetzt mit einem verbesserten Preis-Leistungs-Verhältnis beurteilen kann, denn anfänglich lag es ja so bei knapp unter 300 Euro, jetzt bei knapp unter 200 Euro und es ist eben immer noch Sennheisers geschlossenes, kabelgebundenes Flaggschiff-Headset. Es gibt ja noch ein GSP500, also die offene Version, die mich persönlich sehr reizt, werde ich wahrscheinlich demnächst auch noch testen, aber gerade die geschlossene konkurrierte direkt mit dem Biodynamic MMX300. Das ist eben so für viele die Referenz in der Preisklasse, die werden wir später mal kurz vergleichen. Jetzt kommen wir allerdings erstmal noch zu dem hier und zu dessen Kabel. Da finde ich zwei Dinge besonders gut. Auf einer Seite ist es sehr, sehr robust, allerdings immer noch schön flexibel. Es ist eben auch abnehmbar, wie ihr natürlich schon sehen konntet, wobei mir da eben nicht ganz so gut gefällt, dass der Anschluss proprietär ist, denn sowas werdet ihr nicht standardmäßig finden. Der sitzt auch sehr, sehr schön fest, wobei lösen kann er sich, wenn ihr mal vielleicht irgendwo hängen bleibt. Am anderen Ende gibt es dann natürlich Mikrofon und auch Kopfhöreranschluss. Jetzt zum Headset selbst muss ich sagen, dass ich nicht der größte Fan vom Design selbst bin. Es sieht halt immer noch heftig breit und klobig aus. Von der Verarbeitung her sehr, sehr viel Plastik. Allerdings wirkt es wie ein sehr, sehr dehnbares Plastik und ich denke mal nicht, dass das jetzt in kürzester Zeit brechen sollte. Kann ich natürlich jetzt noch nicht beurteilen. Die Kappen hier könnt ihr auch noch abnehmen, falls ihr vielleicht mit dem 3D-Drucker eine drücken wollt oder vielleicht bei Sennheiser welche kaufen wollt, eben um es vom Design zu verändern, was ich jetzt nicht wirklich so prickelnd finde. Was ich allerdings wirklich gut finde, ist die Lautstärkeregelung hier, denn die hat null Spiel. Es gibt auch noch einen Ausschalter. Das könnt ihr also sehr, sehr fein dosieren. An der anderen Seite dann das Mikro. Das schaltet sich beim nach unten klappen automatisch ein. Und was mir gerade hier unten eben super gefällt, das Ding ist nie im Blickfeld. Also wenn ich es manchmal schon suche, merke ich, dass es unten ist. Das ist wirklich schön, denn allzu flexibel ist es nicht. Ist aber auch nicht nötig, denn es ist schon sehr, sehr gut positioniert. Ihr habt dann hier in alle Richtungen genug Spielraum. Auch die Polsterung hier oben ist sehr, sehr schön soft. Und hier muss ich einfach sagen, ja, schön mal jemanden zu sehen, der eine halbwegs ohrenförmige Form benutzt. Einen Ausschnitt tief genug ist er, also anschlagen solltet ihr nicht. An den Seiten vielleicht leicht touchieren, aber dann wirklich sehr, sehr schön. Auch mit Memory Foam, dick gepolstert, schön mit Mikrofaser. Sollte es eigentlich auch im Sommer kein Problem darstellen, denn ihr habt gerade in der Tiefe noch relativ viel Luft zum Atmen. Denn ansonsten muss ich sagen, der Anpressdruck, der hier oben ja mit dem Schieberegler verstellbar ist, ist mir immer noch nicht irgendwie groß genug von der Verstellung. Denn selbst die lockerste Methode ist mir immer noch ein bisschen zu fest. Das heißt, der Anpressdruck ist ein bisschen stärker. Dadurch, dass das allerdings von den Ohrpads sehr, sehr gut abgefangen wird und ihr da relativ viel Luft habt, ist es auf jeden Fall bombensicher auf den Kopf und nicht wirklich unangenehm. Wobei ich halt auch sagen muss, der Hauptdruck ist ein bisschen unterhalb des Ohrs. Das ist ja von Sennheiser mit diesem sehr, sehr breiten Design so gewollt. Ich bin persönlich nicht der größte Fan von uns, nutzen viele andere auch nicht und der Druck hier unten ist einfach, was ein bisschen ungewohnt ist. Aber dafür schließt es halt wirklich sehr, sehr gut ab. Und wahrscheinlich der beste Punkt hier ist, dass es nicht nur bequem ist, auch auf längere Zeit und auch einen super Sitz hat, sondern wahrscheinlich von der Isolierung das beste Gaming Headset ist, das ich bisher hatte. Denn ich höre mich sehr, sehr stark gedämpft und das in allen Frequenzlagen. Also wenn ihr wirklich nicht gestört werden wollt beim Spielen, ist das wahrscheinlich so mit eure erste Wahl. Erste Wahl muss es nicht sein, wenn es um den Verstärker kommt, denn mit 28 Ohm ist das Ding wirklich relativ leicht anzutreiben. Deutlich leichter als ein MMX 300. Sollte mit halbwegs jeder guten Soundkarte irgendwie möglich sein. Eine viel bessere bringt es nicht wirklich viel mehr, aber das ist okay. Mikrofon, ja, die Demo zeige ich euch jetzt. So, und was ihr jetzt hört, ist das Mikrofon. Und das Sennheiser GSP 600 angeschlossen am Zoom H1, was ich von nun an immer nutzen werde, einfach weil hier keine externen Verbesserer oder Rauschminderer ins Spiel kommen. Das ist so, wie das Mikrofon eben abwerk klingt. Und da muss ich sagen, bin ich wirklich positiv angetan von dessen Qualität. Auch wenn es jetzt vielleicht nicht flexibel ist, es ist dadurch nicht im Blickfeld positioniert und immer noch nah genug am Mund positioniert. Und dadurch verhält es sich auch wirklich sehr gut, wenn es um Plosionsgeräusche und auch Atemgeräusche geht, wie ich jetzt mal zeigen werde. Peter Panik Pump Power. Jetzt mal das Verhalten bei einer Clicky-Tastatur. Also, die wird nicht so gut ausgefiltert, aber der ganze Rest von den Mikrofonen ist wirklich absolut überzeugend. Es klingt natürlich jetzt nicht allzu übermäßig voll, eher auf der neutralen, ich will nicht sagen allerdings dünnen Seite, weil es ist voll zu überzeugen. Es ist nicht wirklich dumpf, es hat eine durchgehende Weidefrequenzbrandweite und es fühlt sich nicht irgendwie komprimiert an. Also, es ist wirklich definitiv mit eins der besten Mikrofone ab Werk. Also, da bin ich echt positiv überrascht von. So, Mikro habt ihr gehört und eben für ein Headset-Mikrofon, das eben für mich den Vorteil hat, dass es absolut nicht auffällt. Also, ich habe das wirklich nie im Blickfeld. Muss ich sagen, es ist mit eins der besten. Es ist grob gesehen, würde ich mal sagen, auf MX300-Niveau. Schöne, gute Tonalität, schön klar. Passt alles. Kommen wir jetzt zum wichtigsten Part, dem Klang. Und was mir hier am besten gefällt, ist es ein ganz normales Stereo-Headset. Das versucht hier nichts mit Virtual Surrounder zu machen. Das machen zwar dann viele Soundkarten von den Herstellern, aber ja. Ich muss sagen, es ist relativ stark anders abgestimmt als das MX300. Die kann ich jetzt nebenher auch schon mal ab und zu mal vergleichen. Denn hier habt ihr eine etwas kleinere Bühne. Die ist so, würde ich sagen, auf einem normalen mittleren Niveau. Allerdings wirkt sie deutlich geschlossener. Hier wirkt sie einfach dadurch, dass sie deutlich weiter ist. Ein bisschen offener. Aber sie ist wirklich, würde ich sagen, immer noch sehr, sehr gut abgestaffelt. Die Auto, Lokalisierung und so weiter, ist alles sehr, sehr gut. Das Imaging passt. Aber es ist gerade von den Frequenzen so abgestimmt, dass ihr gerade Schritte, gerade zum Beispiel bei CSGO, die Bombe sehr, sehr schnell hört, Schüsse sich sehr, sehr kraftvoll anhören, allerdings nie aggressiv. Denn wo das Sennheiser den Vorteil hatte, dass die Bühne ein bisschen breiter, offener ist, die Lokalisierung noch einen Tacken besser, ist es einfach gerade bei Schussgeräuschen, bei Explosionen einfach extrem schrill. Da habe ich schon viele Leute gehört, die ein Problem damit haben und ich kann es definitiv nachvollziehen. Also das macht ja so einen ausbalancierteren Mainstream-Eindruck und die Lokalisierung ist immer noch auf einem sehr, sehr hohen Niveau und ich finde es einfach ein bisschen angenehmer, länger damit zu spielen. Das hier bietet mir vielleicht so dieses kleine bisschen competitive Feeling, also wo ich den leichten Vorteil habe beim Spielen, aber das bisschen verkaufe ich gerne, weil es halt einfach auf Dauer deutlich angenehmer ist. Es tut nicht weh in den Ohren und die Bühne ist ein bisschen kleiner, kompakter, aber gerade die wichtigen Sounds hört ihr sehr, sehr gut, habt ihr halt allerdings eben mit deutlichem stärkerem Bass-Feeling so ein bisschen mehr das Mittendrin-Feeling. Realistischer, spielerisch vielleicht ein bisschen besser, ja, aber die Balance hier ist fast ein bisschen besser gewünscht, gerade weil es es eben zu einem besseren Headset-Allrounder macht. Also gerade Action-Spiele machen damit deutlich mehr Spaß. Rennspiele, alles wirkt einfach ein bisschen zwar intimer, kleiner, aber eben besser abgestimmt, wenn ihr einer seid, der sehr, sehr viel Bass haben will. Es gibt Leute, die wollen das absolut nicht, die wollen nur die Reihenschritte und so weiter da, macht dann das MMX das vielleicht doch ein bisschen besser, aber jeder, der eben ein bisschen breitere Spiele-Spektrum nutzt, der ist hier wirklich sehr, sehr gut aufgehoben. Bei Musik müsste ich halt sagen, sind beide nicht wirklich meine erste Wahl. Hier finde ich so den Bass ein bisschen schwammig, die Höhen einfach ein bisschen aggressiver, also Musik genießen konnte ich mit dem wirklich nie so sehr und hier habt ihr halt ein sehr, sehr stark gesoundetes Feeling, also einen deutlich erhöhten Bass, die Höhen sind allerdings nicht dumpf, sind auch ein bisschen angehoben, sind die Mitten und so dieses kleinere, engere bisschen was, was vielleicht nicht jedermanns Sache ist, aber das ist definitiv relativ stark Mainstream gesoundet, was allerdings wahrscheinlich vielen, gerade wenn sie Spiele sind, sehr, sehr gut gefallen wird und das ist einfach ein bisschen stärker gesoundet, aber angenehmer und ist meiner Meinung nach fast eher für Musik besser, aber ich finde es halt ein bisschen zu stark gesoundet, persönlich, aber deswegen beide nicht so die erste Wahl. Ja, müsst ihr das für euch selbst entscheiden. Ja, das bringt mich im Prinzip schon zum Fazit, denn da gibt es bei Vor- und Nachteilen zu nennen, dass es gut verarbeitet ist, vielleicht jetzt nicht außergewöhnlich, es ist zwar nicht das Leichteste, allerdings wirklich gut von der Verteilung des Gewichts, dadurch sitzt es auch sehr gut, Komfort ist gut, Isolierung ist besonders gut, das Mikrofon ist meiner Meinung nach absolut top, die Klangqualität selbst ist auf einem sehr, sehr hohen Niveau, die Lokalisierung, die Ortbarkeit ist alles wirklich sehr gut, bei den Naja-Dingern würde ich halt vielleicht sagen, es ist jetzt nicht meine erste Wahl für Musik, ein bisschen zu stark mainstream gesoundet, es ist extrem klobig, mit knapp 200 Euro ist es jetzt trotzdem nicht direkt günstig, also ihr fahrt eben immer noch besser, wenn ihr ein reines Gaming-Headset nehmt ohne Mikrofon, was dann eben kein Headset mehr ist, sondern ein Kopfhörer. Da empfehle ich immer wieder, gerade eben offen, sehr, sehr gerne das HD58X, HD58X, wollte ja allerdings einen ganz normalen Kopfhörer, ist ein DT-170 eben immer noch, das eben, was das MMX ist, ohne Mikrofon, deutlich günstiger, ansonsten gibt es ja noch, glaube ich, für 130, habe ich gesehen, das GSP-600 offen, muss ich einfach sagen, bevorzuge ich immer wieder, da wirkt einfach die Bühne so viel realistischer, hier merkt ihr direkt, das ist eine geschlossene Bühne, und auch wenn ihr wirklich gut hört, okay, offener Weiterraum oder kleiner geschlossener, der Hall und so, das macht es wirklich gut, denn mir kommt es ja manchmal schon so vor, als ob das Ding, obwohl es eben an einem ganz normalen Verstärker angeschlossen ist, so ein paar leichte Enhancer drin hat, denn ich höre bestimmte Soundeffekte eben eher, oder bestimmten Hallen ein bisschen eher, als ich sonst mit einem normalen Kopfhörer, über einem ganz normalen Kopfhörerverstärker gewohnt bin, und deswegen muss ich sagen, für 200 Euro macht es einen wirklich nicen Job, und wenn ich mich jetzt eben am Ende des Tages entscheiden müsste, würde ich wahrscheinlich zum Sennheiser greifen, weil es einfach für mich mittlerweile das, ich will nicht sagen bessere Paket ist, sondern das Angenehmere. Hier die Höhen teilweise ein bisschen heftig, Komfort muss ich sagen, ist ein bisschen Gewöhnungssache, gerade weil es halt irgendwie immer so wirkt, als ob es nach oben ziehen will, aber es ist sehr, sehr schön, Top-Isolierung, superschönes Mikrofon und so weiter, aber ich denke mal, jeder, der halt hauptsächlich auf Competitive Gaming steht, der eben noch diesen kleinen bisschen, ja, Mehrwert haben will, in Richtung Ortbarkeit, dieses kleine bisschen Competitive Feeling mehr, ist hier immer noch sehr, sehr gut bedient, preislich ist es allerdings ein bisschen höher und mit beiden können Sie nicht wirklich was falsch machen, Design unterscheiden Sie sich halt stark, aber ja, persönlicher Geschmack ist natürlich immer unterschiedlich, deswegen lasst Ihr mich bitte gerne wissen, welches der beiden Ihr besser findet, ob es jetzt optisch ist, klanglich oder als ganzes Paket, beide machen einen wirklich sehr, sehr guten Job und damit soll es belassen sein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.